Einen wunderschönen guten Morgen, ihr schöpferischen Wesen! Wünsche ich auch, ihr Lieben! Ja, der Impuls am Morgen, eigentlich jeder Impuls, der da ist, der sollte ausgeführt sein. Dem sollte Folge geleistet werden, ja? Das tun wir wieder mal. Um 8.58 Uhr, da muss ich an die Päpstin denken. Die war nämlich auch im Jahre 858. Dass die uns also wieder begegnet? Ich meine, ihr sagt doch die ganze Zeit, Geschichte ist jetzt nicht wichtig, es ist doch das Hier und Jetzt wichtig. Das ist richtig, aber diese Zahl hat mir noch mehr zu sagen, weil es die Geburtszahl oder Uhrzeit meiner großen Tochter ist. Somit begegnet mir diese Zahl immer wieder, diese Uhrzeit oder diese Jahreszahl. Und irgendwie hat alles was miteinander zu tun. Da passt ja wunderbar, was dein Ex-Mann, unser bester Freund, gestern noch gesagt hat. Das Hochzeitsdatum von der Königin Vittoria. Ja, die längste Königin, die es je gab, sozusagen, hat komischerweise am selben Tag Hochzeitstag wie ihr. Richtig. Ja, das ist doch wieder ein Zufall, oder? Also, so ein Zufall, genau 170 Jahre vor uns. 17, was? Ah ja, gut. Jo, 17, 7, 1, 8, also man braucht keine Numerologie übrigens, ja, sondern die Zahlen haben ja für jeden eine andere Bedeutung. Und viele sehen das noch nicht im Außen, dass sie das abgleichen können, was sie da sehen mit sich. Was hat das mit mir zu tun? Es ist immer wichtig, diese Fragen sich selbst zu stellen und nicht nach einer Antwort zu suchen. Haben wir auch teilweise, wenn dann Zahlen waren, oh komm, wir gucken mal die Bedeutung der Zahlen und so. So, dann kommt da oft Engelszahlen und sowas. Trotzdem hat jede komischerweise eine andere Bedeutung dafür, ja? Und jeder hat auch andere Zahlen. Jeder hat auch andere Zahlen. Also, speziell auf einen abgestimmt müssen das nicht immer Engelszahlen sein, sondern, wie gesagt, die Geburtszeit meiner Tochter oder unsere Geburtszeiten oder unsere Lebenszahlen. Es ist vollkommen wurscht. Es ist sowieso alles ein Zeichen von dir selbst nur, wenn du es so willst. Alles. Genau. Wir stellen ja noch vermehrt fest, manche reden über Gott oder die Schöpfung, aber man hört, dass sie das gar nicht fühlen können. Also, manche sagen, ja Gott, also diesen Gott der Kirche, das ist ja nicht mein Gott. Jo, aber du hast trotzdem einen Gott. Also, du hast praktisch von uns allen, wir sind alles Götter. Also, da ist dann, du erhebst einen von uns allen, den du als Gott, als unerreichbaren, megamächtigen Gott siehst. Und das seit, also sagen wir es mal 2000 Jahren, das ist ja nicht so korrekt, aber du sagtest ja gerade von der Kirche und dann sagen aber andere, nee, mit dem habe ich nichts zu tun. Da haben sie recht. Aber sie nennen sich Christen. Und die Christen haben den gleichen Gott. Punkt. Richtig. Weil sie halten sich an gewisse Vorgaben, die da gesagt werden, die auch nicht gerade nett sind. So, jetzt frage ich mich, wenn ich Liebe bin, dann muss die Schöpfung auch Liebe sein. Kann sich da einer herauskristallisieren und kann uns Befehle geben, was wir zu tun haben? Einer, der sich über uns alle stellt. Einer, der sogar versucht, im Alten Testament, wer war das, Noah oder wer, oder Abraham, der seinen Sohn umbringen soll. Ja, und dann spricht der brennte Dornenbüsch auf einmal. Also, das alles hat mit Liebe ja nichts zu tun. Aber ich meine, die Menschen werden ja gerade darauf hingeführt. Also, die Kirche ist ja jetzt schon mal weg vom Fenster. Wer sagt das? Nur mal eine Frage. Es wird ja behauptet, die ist weg. Das ist behauptet, genau. Du hast es jetzt auch gesagt. Aber stimmt das auch? Also, ich kann nur aus, vielleicht von Zeugen Aussagen sprechen. Ich kenne da jemanden, der ist über 80. Dem ist schon aufgefallen, dass so viele Menschen aus der Kirche ausgetreten sind. Selbst er sagt, ich habe mit der Kirche nichts mehr am Hut. Also, über 80, der Mann, ja. Gut, wir können dir mal so sagen, in Deutschland sind die Kirchen seit Jahren leer. Außer an Heiligabend. Oder wenn es Fernsehen kommt. Du meinst Live-Übertragung von SWR oder Kirchen-TV oder wo auch immer. Ja, richtig. Aber auch da kann man sehen, in die Gesichter, in die Gesichter der Sitzenden, Betenden, Singenden. Absolute Nichtliebe. Ja, man fühlt die Kälte eigentlich, in der Kirche sowieso. Ja. Aber die Menschen, die da sitzen, die sind auch nicht glücklich. Also gäbe es einen Gott, der dafür sorgt, dass wir hier im Paradies sind, also jemand anderes, der dafür sorgt, oder sorgen soll. Warum sind dann die Menschen nicht glücklich? Und warum regen genau die Menschen sich über alles auf? Kommen wir gleich dazu, ich muss das noch ergänzen mit der Kirche. Das geht wieder an die, die alle sagen, das erwähnen sie dann auch oft im Gespräch. Ja, ich habe mit der Kirche schon lange nichts mehr zu tun. So, das braucht man nicht mal erwähnen. Aber, wenn ich danach lebe, habe ich damit zu tun. Dann habe ich damit zu tun. Auch eine gute Ausrede ist, ist jetzt nicht so wichtig, ist nur eine nette Randerscheinung. Ja, ich muss dann auch mal, ich will schon jahrelang aus der Kirche austreten. Ja, du gibst aber jeden Monat, keine Ahnung, 12, 15 Euro, gibst du weiterhin. Weil man zu faul ist, aufs Gericht zu gehen und diesen Antrag auszufüllen. Und du musst ja nur ins Kreishaus oder sowas. Du musst ja gar nicht irgendwo weit weg. Es ist ja eigentlich unmittelbar in der Nähe, wo du die Möglichkeit hast. Oder noch einfacher ist es, es wird ja immer vom Job, also vom Gehalt abgezogen. Einfacher ist es, du kündigst deinen Job im System. Dann erledigt sich das automatisch. Also, da wird ja nichts mehr abgezogen. Ich meine, du befreist dich ja dadurch. Ja, aber wie geht es denn weiter? Ich habe Angst. Wie geht es denn weiter? Der Kopf lässt dich solche Fragen wahrnehmen. Aber dein Herz hat immer einen Ausweg. Und da brauchst du gar nicht drüber nachdenken, sondern du musst einfach nur vertrauen. Weil es ist zu jeder Zeit immer alles da, was du eigentlich benötigst. Wenn du Vertrauen hast, wenn du aber in der Angst bist, also im Ego und Zweifel hast, dann funktioniert das nicht. Da kannst du dir noch so viele Dinge schönreden. Gut, da musst du erst mal hinkommen, glaube ich. Richtig. Bei vielen hat es schon Klick gemacht und dann sagen sie, ich habe jetzt den Job gewechselt. Da geht es mir besser. Das stimmt auch. Aber trotzdem bist du dann noch ein Zahnrädchen im System. Ja, du stellst dir immer noch Grenzen dadurch. Und du arbeitest ja für andere. Also du handelst im Auftrag anderer. Ob du das jetzt gut oder nicht findest, ich sage, es gibt genug gute Jobs, das stimmt. Aber wenn du soweit bist, dann willst du dein eigenes Ding machen. Ja. Und das ist ja das, was wir eigentlich als Kind die erste Frage, wenn wir sprechen können, gestellt bekommen, was willst du später mal werden? Ja. Als Kind ist es eigentlich fast bei allen gleich, komischerweise. Sie wollen die Jungs, Polizisten, Feuerwehr, ja, aber sie helfen wollen. Ja, das kriegt man ja auch früh, man muss immer helfen, das stimmt ja auch. Nur, solange ich anderen die ganze Zeit helfe, helfe ich mir nicht. Geholfen ist dir erst, wenn du in der Selbstliebe bist, dann weißt du auch genau, wem du wie helfen kannst. Genau, wenn alle so sind, dann, da brauchen wir keine Polizei mehr. Dann brauchen wir keinen Arzt mehr, keinen Krankenwagen. Richtig. Kein Krankenhaus. Und wenn aber jetzt viele glauben, sie müssen das Leid hier beenden auf der Welt, dann müssen sie das Leid in sich beenden. Und dann nimmt das ab. Weißt du, dieser Zyklus, der geht schon so lange. In den letzten sieben, acht Jahren, oder sagen wir mal, sagen wir mal 20 Jahren, sind hier 200 oder 345 Krankenhäuser geschlossen worden. Das ist für mich das allergrößte Zeichen, dass es schon lange passiert. Genau, aber damals, also die Menschen, die jetzt noch in Angst und Leid sind, die sehen jetzt diese hohe Zahl der Schließung, die sehen das jetzt als katastrophal. Weil sie denken, oh nein, jetzt wollen sie uns die Krankenhäuser klauen und blablabla. Aber genau das drehst um. Es ist genau das Richtige. Wir besinnen uns jetzt nach und nach zu uns zurück. Das heißt, wenn wir in der Selbstliebe sind, brauchen wir keine Krankenhäuser. Ja, wozu denn? Richtig. Wozu denn? Aber das ist halt, wir sind halt noch, also bei vielen ist es noch so, dass sie schauen und wenn man mit ihnen spricht, sie immer sagen, ja, aber die Menschen, die Menschen sollen sich, die wollen sich nicht ändern. Die Menschen machen das immer alles so weiter. In dem Moment hast du deinen Fokus bei den Menschen, aber nicht bei dir selber. Du bist einer der Menschen. Und es funktioniert auch nur, wenn einer der Menschen einen Anfang macht. Ja? Ein Tropfen aus dem Meer macht den Anfang. Ansonsten machen alle immer so weiter. Und das wollen wir doch gar nicht. Deswegen schauen wir nicht, was die anderen machen. Die Menschen ändern sich nicht. Bei uns sollen wir schauen. Wir fangen bei uns an, weil nur durch uns selbst verändern wir alles andere. Und dadurch, dass wir uns verändern und das auch ausstrahlen, sehen das und fühlen das auch alle anderen um uns herum. Und die wollen das auch. Und somit gibt es eine Kettenreaktion. Aber das funktioniert erst, wenn du nicht mehr schaust, was die anderen alle machen. Weil jeder ist auf seiner Ebene unterwegs. Und die, die weiter sind, die sollen auch weitermachen. Und nicht in irgendeinem Trauerleid oder in irgendeiner Schreckensmeldung oder sonst irgendwas festhängen. Das heißt, aufs Herz hören, auf die Impulse, die da kommen. Aus der Quelle. Die kommen nicht einfach so. Die kommen auch nicht irgendwo her. Die kommen genau aus der Quelle zu uns. Damit wir danach leben. Wenn die Quelle mit dir spricht, also du, dann weißt du genau, gewisse Dinge möchtest du in deinem Feld nicht mehr haben. Also A, gucke ich nicht mehr danach. Und B, rede ich schon gar nicht mehr darüber. Und sage, ja, das wird jetzt alles beendet. Und was wir jetzt auch oft hören, der Deep State ist gefallen. Das sind alles nur Sachen, die so rumgehen. Ja, das machen die White Hats oder die Black Hats oder wer auch immer. Ja, erzählen kann man uns viel. Wir haben das auch mal geglaubt. Noch besser, jetzt kommt der große Solarflash. Der kommt jetzt auch. Und dann wachen die Menschen auf. Das glauben die noch. Es gibt noch jemanden sehr populäres, der jetzt auch überall geschaut wird. Eine Amerikanerin, die hier auf Deutsch übersetzt wird. Da braucht man nur mal kurz reinhören. Nirgendwo wird gesagt, also sie reden auch vom Ego, ja. Aber gleichzeitig hörst du dann Märchen und so ist alles Schwachsinn, wurde da gesagt. Und Einhörner und so, das ist alles nur in dieser 3D-Welt. Wie die Hälfte geht in die neue Welt oder zwei Drittel und die andere nicht. Die verschwinden oder was auch immer. Woher wissen die sowas? Das ist wie Irlmayr-Prophezeiung oder Nostradamus, was die da alles vorausgesagt haben. Ich weiß noch, 1989 war ich in Amerika. Und in diesem Nostradamus-Buch, irgendwo habe ich noch ein Bild von mir, wo ich das lese. Da war ich mit meiner Tochter damals, das ist keine Ahnung, 20 Jahre her, fast. Da steht ja auch drin, genau in dieser Zeit, wo ich in Amerika war, sollte ja das Meer überschwappen. Und das Meer ganz Los Angeles überschütten. Und ich war in dieser Zeit da und ich hatte damals Schiss, weil ich war vier Wochen da drüben. Ich dachte, scheiße, ich bin genau in der Zeit hier. Natürlich ist nichts passiert. Das sind ja so Prophezeiungen. Die meisten fragen sich auch gar nicht, wie kann das sein, dass man vor 2000 Jahren, wo es ähnlich war, wissen kann, was heute passiert oder wann diese Zeit ist. Die Leute dann in den Filmen dachten, das wäre dann damals, weil der Erlöser kam. So, dass hier bis heute nicht passiert. Was ist denn passiert bis heute? Die Egos sind immer größer geworden, weil immer noch der größte Teil auf der Welt diesen Gott liebt und anbetet. Diesen imaginären Gott, den sie selber durch ihr Handeln und tun, erschaffen. Sie erschaffen Leid jeden Tag und dann erfahren sie es und glauben dann, Gott straft sie. Richtig. Aber wir leben hier auf Mutter Erde. Mutter Erde. Wir sind aus einer Frau geboren worden. Ich habe schon immer Frauen vergöttert, weil Frauen für mich was ganz Besonderes waren. Nicht nur, dass ich sie liebe vom Aussehen her, sondern dieses, ich habe das immer gefühlt, dass sie, mit ihnen kannst du besser sprechen. Gerade über das Thema Liebe. Und dann hast du gesehen, jedem fehlt das. Und wenn dann ein Mann kommt, der spricht darüber, dann macht es die Frauen auch noch an und dann verlieben sie sich in dich oder möchten wir dir ins Bett oder sowas. Aber das ist das. So funktioniert das hier. Da ist nur einer, der macht dir schöne Augen, redet dir was Schönes. Aber bei mir war das ja ernst gemeint, was ich da gesagt habe, ohne einen Hintergedanken. Na gut, bei der einen oder anderen war das schon. Aber gut, das war meine Experimentierphase. Na klar. Ich stehe dazu. Na sicher. Das ist auch gar nichts Schlimmes. Es ist doch, haben wir auch schon gesagt, das beste Zeichen überhaupt, wenn jemand fremd geht, dann fehlt ihm was. Richtig. Das ist dein eigener Hilferuf. Das ist eigentlich dein Sprungbrett. Ja. Weil das ist ja was, was du zu Hause nicht bekommst. Genau. Und wenn du das jetzt dann nutzt, das Sprungbrett, als solches, was es ist, dann kommst du auch weiter. Weil dann erkennst du dich immer mehr. Aber wenn du das weiterführst, ich meine, manche Affären gehen ziemlich lang. Und das ist ja von Anfang an eine Selbstlüge, wenn du es so willst. Es ist eine Befriedigung auf eine Art, schon. Ja, aber wenn du das so lange weiterführst, dann ist es eine Selbstlüge und das macht dich nicht glücklich. Nee, du hast ja auch Heimlichkeiten dann. Ja klar, das baut ja auf Heimlichkeiten auf. Es ist ins Geheim. Du kannst nicht immer ruhig schlafen. Im Gegenteil, nicht nur das. Dann hast du dein Handy immer bei dir. Dein Gewissen ist immer präsent. Oh. Und das fühlt man ja. Ja. Aber es hat einem was zu sagen. Definitiv. Es hat einem zu sagen, jetzt ist ein Neubeginn. Weil das sind die Impulse aus dem Herzen. Und wenn man die missachtet, dann geschehen Dinge, wovor du Angst hast. Weil du es dadurch anziehst. Weil du bist Schöpfer. Du kreierst hier dein eigenes Drehbuch. Durch dein Herz, beziehungsweise Ego. Es kommt darauf an, aus welcher Sicht schreibst du dein Drehbuch. Aus der Ego-Sicht oder aus der Herz-Sicht. Durch Leben kannst du das, wie du willst. Weil du ja Schöpfer bist. Es liegt ganz allein an dir. Aber umso mehr du in Liebe machst, umso liebevoller wird dein Lieben. Und spätestens dann, wenn du in der Selbstliebe bist, ziehst du auch den Partner an, der es auch ist. Und ihr trefft euch wie alte Bekannte. Ist euch am Anfang gar nicht bewusst, aber ihr versteht euch so gut. Wo man sagt, sagt man ja auch manchmal zu anderen, mir kommt es vor, als kenne ich dich schon. Haben wir oft auf Tour gehabt, wo ich sage, guck mal, der oder die, die kennen wir doch. Dann gehen wir hin, die kennen wir nicht, aber irgendwoher kennen wir sie doch. Weil das Feld miteinander resoniert. Jetzt nicht alles, aber vieles. Jeder hat ja seinen Weg, wie gesagt. Aber viele warten halt auf diese Veränderung im Außen und wissen nicht, dass sie es selbst sind. Du, jeder Einzelne, ist die Veränderung da draußen. Kein Gott. Da kannst du lange warten. Und keine anderen guten Mächte. Das sind die Menschen, die im Bewusstsein schon so weit gestiegen sind, dass sie dadurch die Veränderung, eine Veränderung im Außen schon bewirkt, mit bewirkt haben. Das sind die Veränderungen. Das sind keine guten Mächte, die da kommen und uns retten. Das sind wir selbst. Wenn ich überlege, wie viele Menschen haben sich gewünscht, dass endlich die Heilpflanze Hanf legalisiert wird und das als solches wahrgenommen wird, was sie ist. Was ist sie denn? Und zwar keine Droge. Was ist sie denn? Es ist eine Heilpflanze. Ja. Wie viele Menschen haben Krebs damit geheilt oder andere Erkrankungen? Sag doch mal, was es noch alles heilt, was wir alles erfahren durften. Was ist das alles? Also im Sinne von heilen, du bist angebunden an der Quelle. Das heißt, wenn du schon ziemlich bewusst bist, ein ziemlich bewusster Mensch und eigentlich nur nach deinem Herzen gehst und dann mal einen Joint rauchst, dann sprudeln die Impulse über. Weil du bist ja eher sowieso dann schon im Herzen und kriegst Impulse. Das ist der Wahnsinn. Wenn du aber noch nicht so bewusst bist und eher im Kopf bist und immer alles erklären willst aus dem Kopf und so und dann einen rauchst, ja, dann könnte es natürlich nach hinten losgehen, weil dein Ego dann richtig laut wird und du dann erst recht vielleicht anfängst zu trauern oder in Wut zu gelangen, also bis hin zu einer Depression, also was man Depression im Fachjargon nennt, was es aber auch im Endeffekt nicht ist. Weil alle Erkrankungen, weil alle Erkrankungen, welche auch immer, die kommen von unserem Herzen, unser Körper. Nee, nicht vom Herzen. Der Körper sind sie klarer. Die Ursache ist auf dem Herzen. Auf dem her, nicht im. Im, auf, wie auch immer. Im ist die Antwort. Ja, natürlich, wenn du drauf hörst. Ja. Aber es ist immer eine Ursache vom Herzen und nicht vom Kopf. Ja, und deswegen kannst du in der Psychiatrie sowas auch nicht heilen. Da werden lediglich die Symptome gepflegt. Ja, das geht ja gar nicht. Nö. Aber wie gesagt, die Außenwelt ist nur ein Spiegel, wie es nicht geht. Die Außenwelt ist das, was man erschaffen hat. Woran man geglaubt hat. Woran man geglaubt hat. Das vermehrt sich. Wo ich mein Glauben abziehe, das muss verschwinden. Also ein Glauben kann man an vieles haben, aber es kommt darauf an, wie stark ist dein Glaube. Wenn du einen starken Glauben an einen Gott hast, aber einen weniger starken Glauben an dich selbst. Bringt das alles nichts. Ja, aber Gott hat mich schon oft gerettet. Das warst du selbst. Dein eigener Glaube. Denn der hat den Berg versetzt. Niemand anderes. Das ist wie wenn du eine Arbeit schreibst oder eine Prüfung machst. Wer macht das für dich? Gott? Oder du selbst? Dann kommt es immer auf den starken Willen an, wenn man das will. Und ich sage, das beste Beispiel von allen ist immer noch, als ich Führerscheinprüfung hatte. Da habe ich so gut wie überhaupt nicht gelernt. Dann habe ich irgendwo aufgegriffen, habe das für wahr empfunden. Leg doch die Unterlagen unter das Kopfkissen in der Nacht, wo du die Prüfung hast, sondern schläfst du drüber. So und exakt mit einem Punkt weniger habe ich die, also ich hatte ein paar Punkte, also exakt einen Punkt mehr und ich wäre durchgefallen. Und dasselbe war bei der Führerscheinprüfung praktisch. Da habe ich meinem Fahrlehrer vorgesagt, kannst du doch, die kennen sich ja, die Prüfer und so. Wenn du den, der redet gerne. Habe ich gesagt, wenn du dich mit dem unterhältst, kriegst du dann von mir eine Schwarzwälder Kirschtorte, wenn ich es schaffe. So und ich habe zwei, drei Fehlerchen gemacht, so durchgezogen, Linie gefahren zum Beispiel. Aber da der Prüfer ein bisschen abgelenkt war, hat er das gar nicht mitgekriegt. Weil ich habe hier beobachtet, ob er es sieht, hat er aber nicht. Beim Einparken habe ich mich auch ein bisschen dumm angestellt, sage ich mal, den anderen Fehler weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, zu langsam gefahren oder so, ja. Also hat aber funktioniert, ich bin dann mit dem Führer schon nach Hause gegangen. Ich denke nur einfach geil damals, weil da war ich ja auch noch jünger, obwohl ich habe ihn spät gemacht. Erst Mitte 20, nicht gleich mit 18, aber da habe ich schon gemerkt, so funktioniert das. Dein Glaube. Ja, genau. Und deswegen sage ich ja, du kannst alles erreichen. Nicht nur das, was vorgegeben ist, sondern das, was du willst. Auch wenn es im Moment gar nicht vorstellbar ist, aber dann musst du es kreieren. Durch deine Schöpferkraft, die du innehast. Weil wir sagen es ja, dein Wille geschehe. Also muss das auch ins Feld kommen. Wenn einer zum Beispiel sagt, ich möchte Fußballprofi werden, dann muss er sehr, sehr viel opfern, aber wenn er will, packt er das. Ja, aber heutzutage wollen das nicht mehr viele, weil das hat mit Fußball nicht mehr viel zu tun. Dieses, wie nennt man das überhaupt? Das sind ja nur noch Abwehrketten, zwei, die man durchdringen muss. Und dann passieren irgendwelche zufälligen Tore oder einer fällt mal den Ball vor die Füße und dann trifft er mal hauptsächlich auch Elfmeter, weil halt alle auf einem Fleck sind. Ja, da fallen die Tore und die Leute freuen sich. Aber das hat doch mit Fußball gar nichts mehr zu tun. Also alles hat an Wert verloren. Nur der Mensch muss es ja gezeigt bekommen. Aber solange noch 70, 80 Tausend im Stadion sind und zujubeln und an dem Tag einen Haufen Geld losgeworden sind für vielleicht eine Niederlage und dann wieder keine Laune haben, sollte man sich überlegen, was hat Priorität im Leben erst mal. Ich habe das dann mal ein paar Jahre gehen lassen mit dem Fußball, zwei, drei Jahre, weil ich war auch ein richtiger Fußballfan. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, das brauchst du gar nicht. Dann habe ich wieder angefangen, komischerweise, seit wir uns wieder abgezogen haben, verhindern die andauernd. Seit wir aufgehört haben, verhindern die andauernd. Ist das nicht verrückt? Jo, ich sehe das so. Also das sind alles nur so ein paar Beispiele, wo dein Fokus ist, das verstärkt sich. Und dann kommt es auch darauf an, wie viel Liebe lebst du? Wie real bist du? Wie authentisch bist du? Wie viel Angst hast du? Worüber regst du dich alles noch auf? Redest du immer noch über diese ganzen Schreckenssachen, die wir auch alle durchkämmt haben und haben genau hingeschaut und haben uns sogar genau reingefühlt. Und das hat sich nicht schön angefühlt. Ja. Aber man will was ändern. Weißt du übrigens, wer diese Corona-Kacke noch am Laufen hält, ganz viele Aufklärer. Die selber noch in Angst sind, ja. Die erzählen da, Anklage, Corona da, Corona das, die Corona-Lüge, blablabla. Ey, das denkst du durch. Warum haltet ihr das am Leben? Warum? Ja. Ja, sie haben vielleicht Angst, den nächsten Schritt zu tun. Also Impulse aufs Herz, also vom Herzen werden ja ignoriert. Aber jetzt mal Buddha bei die Fische, warum sind wir denn hier? Weil Weiterentwicklung bedeutet, dass dir dann irgendwann auffällt, dass die Menschen dich nicht mehr verstehen, was du sagst. Und fühlen wollen sie dich schon mal gar nicht eigentlich. Weil du, wenn du in der Weiterentwicklung bist, dann hast du sehr viele Gefühlsebenen, die du durchwanderst, ja. Und das ist für die Menschen, die bei sich erst recht nicht hinschauen wollen, viel zu anstrengen. Die können dich nicht ertragen. Und genauso ist es bei dir. Wenn du dich weiterentwickelst, du kannst dann auch diese Menschen irgendwann nicht mehr ertragen, weil sie einfach zu niedrig schwingen. Und das resoniert nicht mehr. Nein, das passt nicht mehr. Das ist auch vollkommen normal. Aber es ist auch klar, dass nicht alle Menschen gleichzeitig auf einer Ebene sein können. Das geht nicht. Ja, und deswegen ist das dann so. Und dann trennt man sich, weil man will sich ja auch keine Energie abziehen lassen oder immer wieder zurückfallen, indem man zurückgezogen wird von anderen niedrigen Schwingungen. Weiterentwicklung. Das will man nicht. Weiterentwicklung bedeutet, dass man standhafter auch ist. Und dass man das, was man nicht möchte, erst gar nicht mehr macht. Also ich gehe nicht mehr dahin, wo ich mich nicht wohlfühle oder die Menschen, die ich nicht verstehen kann. Es bringt auch nichts. Ich kann ihnen ja nicht helfen. Das heißt, das, was ich sage, verstehen sie nicht. Und ich kann jetzt nicht ein Gespräch führen, wo ich jetzt mich hinstelle und dann diese niederschwingenden Gespräche mitführe. Oder so von wegen, oh, das ist so scheiße und diese Erkrankung und dies und jenes. Ich kann das nicht mitsprechen, weil ich habe die Antwort. Aber ich will sie gerne geben, weil ich kann doch nicht mit mir anschauen, wie die Menschen leiden. Das geht nicht. Ich will ihnen doch helfen. Eben. Und allein in diese Gespräche zu gehen, ist dasselbe, wie wenn du jeden Tag dir noch Kanäle anguckst, wo du wissen willst, was da noch los ist. Und viele sagen, sie machen das nicht mehr, aber schicken mir dann was aus diesen Kanälen. Also ich meine, die Menschen, die sagen, sie machen es nicht mehr, schauen aber trotzdem, die belügen sich gerade wieder selber. Ja, uns ist das egal, ob ihr da reinschaut in die Kanäle. Das ist doch euer Leben. Natürlich. Es ist doch eure Weiterentwicklung. Was bringt es mir, wenn du mir ins Gesicht lügst, auf Deutsch gesagt? Was habe ich denn davon? Also ich merke halt auch, wenn man mich belügt, weil man merkt das in der Schwingung der Stimme. Man merkt auch in der Schwingung der Stimme, ob jemand sich wirklich selbst liebt oder es mir nur vorlügt. Das merkt man alles. Ja, direkt, direkt. Da war, warte mal, ich gucke mal gerade, ob ich das finde, weil das fand ich sehr spannend. Nee, das nicht. Also, pass auf. Da war ein Text aus dem anderen Kanal. Der Text ist nicht schlecht. Da steht, ab heute fangt ihr alle an, ich lebe das Paradies. Ich lebe die Liebe. Ich liebe die Fülle oder lebe die Fülle. Ich lebe das Schöne und schaut in euch, fokussiert das Beste, Schönste, Edelste, was ihr in euch wahrnehmt. Und so kommt es auch. Hört sofort auf, über Krieg zu denken, über Armut zu denken, über Krankheit. Denn dann werdet ihr es erleben. Habe ich gesagt, ja, ist nicht schlecht. Dann bin ich mal auf dem Kanal. Die nächsten Meldungen, die da drunter waren, waren politische. Wo ist der Widerspruch? Wenn ich hier oben sowas poste, dann poste ich doch keine Politik. Ja, das ist ein Widerspruch in sich, ja. Das ist ein Widerspruch, ganz genau. Das heißt, das ist ein Impuls, den hat er vielleicht gehabt, geschrieben, und danach postet er Baerbock. Ja, aus dem Ego wieder heraus. Ja. Wer will das wissen? Warum kriegen die noch Energie von solchen Menschen, die doch so in der Liebe sind? Ja, die sind aber noch im Ego. Die, die nur noch politische Sachen oder böse Sachen aus der Welt posten, die sind eben im Ego. Wenn sie glauben, dass es böse ist, meinst du? Genau. Das sieht ja das Ego so. Und wir zeigen es doch nur auf. Wir wollen doch damit jedem nur helfen. Das ist überhaupt keine Anklage. Gar nicht. Wir sagen nur, wo sie bei sich mal hinschauen sollten. Aber das ist das Aller, 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 Aller. Letzte, wo du hinschaust. Stattdessen. Gucken wir auf andere. Stattdessen gucken wir bei anderen. Also die Brina und der Volker, die haben Schuss nicht gehört. Ja. Oder ich hätte früher, alles, was ich gesagt habe, wäre gelogen gewesen. Genau. Alles, was du mal jemals über Jesus gesagt hast, ist gelogen. Nein, ist es nicht. Es ist eine Weiterentwicklung. Weil wenn du dich weiterentwickelst, werden immer mehr Erkenntnisse und Gefühle freigeschaltet. Die du früher, wenn die so gekommen wären, als Hirngespinst abgewendet hättest, das hättest du niemals ausgesprochen, weil dann jeder hat gedacht, der ist verrückt. Richtig, ja. Du würdest dann in dem Moment ja auch auffallen in der Gesellschaft. Das tun wir ja. Ja. Ist doch prima. Das sind ja die Verschwörungstheoretiker genannt. Und ich denke, durch unsere Themen jetzt mit Gotteslüge und so, werden wir natürlich auch ein bisschen für Aufruhr sorgen in der Welt. Weil die von den Menschen, die an diesen Gott beten oder an diesen Gott glauben, und ich sage immer, auch negative, also auch wenn negative über dich gesprochen wird, das ist die beste Werbung, die du haben kannst. Weil auch da erreichst du Menschen, wenn bei denen was auf einmal klickt, weil das Herz hört auch zu. Ja, das ist das Schöne daran. Oder hört zu, hört sich blöd an, das Herz geht auf dabei. Und dann ist ja selbst bei mir schon passiert, ja, in verschiedenen Dingen. Ich sage nochmal, es gab Bücher, die habe ich gelesen, aber mit einem Satz ist mir hingeblieben. Dieser eine Satz, also sage ich, das Buch hat sich gelohnt dafür. Der Rest hat, ja, früher wusste man ja gar nicht, was hier ist, Aliens, UFOs, Weltuntergang, ja, man hat ja alles gehört. Wir haben uns überall durchgewühlt. Aber nirgendwo steht die Lösung. Also, sie ist umschrieben überall, aber nirgendwo steht, wenn, wenn, in so einem Buch, mag sein. Aber mir ist jetzt nicht bewusst, dass ich das gelesen habe, schon mal, und ich habe viele Bücher gelesen. Nur die Selbstliebe bringt dich zu dir selbst, oder öffnet dir die Wahrheit, würde ich sagen. Das ist das, worauf sie ja ankommt. Ja. Deswegen ist es auch immer wichtig, wenn man was raushaut, sollte man genau schauen, was schreibt man da, was sage ich da. Ist es verletzend, scheinbar, oder verurteilend, oder hast du einen Fehler bei jemandem erkannt? Aber es ist alles wunderbar, ja, wie es ist, wenn die Menschen gewisse Kommentare geben. Dadurch lernen doch andere, die schon ein bisschen weiter sind, die lernen daraus, die sehen, oh ja, stimmt, so antwortet jetzt ein Ego, ja. Ja klar, die erkennen es immer mehr dadurch und stellen bei sich gewisse Parallelen von früher dann auch noch fest. Ja, stimmt, so war ich auch. Man muss ja nur das, was man durchlebt hat, selbst sich nochmal anschauen. Dann weiß man genau, ja, das hätte jetzt das Ego geantwortet. Und ja, ich weiß, dass ich im Herzen bin, weil mein Herz sprudelt und ich sage das, was kommt und überlege auch nicht vorher, was ich da sage, sondern es kommt, der Impuls ist da und raus damit. Ja, das muss man erkennen können, was ist Ego und was ist Herz. Was ist die Lüge und was ist die Wahrheit? Was ist der Teufel? Was ist Gott? Wer hat sich wie verkleidet? Richtig. Was ist denn die Lüge überhaupt? Wer ist denn der Teufel eigentlich? Ja. Die Frau? Ja. 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 Wie die Frau verbannt wurde, die Frauen. Man sieht es auf so vielen alten heiligen Bildern, wo angeblich Männer sind, die so weiblich aussehen. Der Liebling aller Christen ist der Erzengel Michael. Ja. Sieht genauso aus wie Georg der Drachentöter. Und man kann ja auch mal schauen, wie viele Bilder oder Statuen es gibt. Und sich einfach mal das Gesicht anschauen, ja. Genau. Das ist meistens nicht so männlich. Aber ein Bildhauer oder wer auch immer das gemacht hat, der ist ja nicht doof. Ja, der weiß schon, was er da malt. Das sind alles von uns selbst versteckte Hinweise überall, die man da erkennen darf. Ja. Ich hatte gerade noch einen Impuls, jetzt habe ich aber das vorgeschoben. Jetzt musst du noch mal kurz weiterreden, bis der wieder da ist und dann unterbreche ich dich dann. Dann unterbrichst du mich dann. Ja. Es ist wirklich eigentlich total einfach, ja. Es ist total einfach, mal zu schauen, in einem Moment, wenn man gefühlsmäßig gerade so, die erzählen nur Scheiße und wie können die über Gott löstern und so. Gerade in so einem Moment mal aufs Herz zu hören und mal zu fühlen, ob da vielleicht doch etwas dran ist, was wir hier erzählen in Bezug auf Gott. Und wir sind alle aus der gleichen Schöpfung, aus der gleichen Quelle. Und die Quelle, die ist nun mal weiblich. Weil sonst würden auch aus Männern Kinder rauskommen. Das funktioniert nicht. So, jetzt kommt sofort wieder der Einwand. Nein, wir sind weder Mann noch Frau. Ja, stimmt ja auch. Aber ich bin schon eine Frau und du bist auch ein Mann. Ja. Und genau das ist das, was das Leben bringt. Entstehen lässt. Richtig. Und wenn das noch in purer Liebe geschieht, was glaubst du, was da, was die Verschwingungen auf die Erde dadurch kommen? Also pure Liebe. Ja. Also das bedeutet, du stellst dir nicht des Öfteren die Frage, ist das der richtige Mann, den ich da habe? Oder die richtige Frau? Ja. Du brauchst dir gar keine Fragen mehr stellen. Im Gegenteil, du wirst überhäuft mit Antworten von wegen, boah, so eine Frage könnte ich mir niemals stellen. Bist du der Richtige für mich oder nicht? Die Frage stellt sich gar nicht. Ich habe ständig die Frage, wie kann das sein, dass ich dich so abgöttisch liebe? Ich weiß gar nicht, wo diese tiefe innere Liebe herkommt. Jo, also ich wusste es nach dem dritten Treffen. Aber bewusst war es mir da auch noch nicht, aber ich habe es ausgesprochen. Ich sage ja manchmal Sachen und denke dann auch, warum hast du das jetzt gesagt? Und später sage ich, siehst du, ich habe es da schon gesagt, obwohl es gar nicht so, es war einfach da, es war, das war so wahr für mich oder ist so wahr. Und es hat sich ja wohl bestätigt. Und es gibt ja viele, die hätten auch gerne so eine Beziehung wie wir, wo man immer gerne zusammen ist und nicht jeder sein Hobby nachgeht. Und wo man über alles spricht und wo man über alles mit Menschen sprechen kann. Und die Antworten sind identisch, nur in anderen Worten. Du in deinen, ich in meinen. Da gibt es keinen, Moment, Moment. Ich sehe das aber so, ich sehe das so. Das gibt es hier nicht. Ja, weil das Herz spricht die gleiche Sprache. Genau. Und solange das Herz mit anderen nicht die gleiche Sprache spricht, stimmt die Frequenz nicht. Genau. Ja, dann muss man nachjustieren, wie beim Radio. Ich sage ja immer, egal wann du das Radio anmachst oder unser Radio, unser Hardrock-Radio, das hat dir in dem Moment was zu sagen. Ob du das gerade ablehnen findest, gerade dann hat es dir was zu sagen. Ja, es ist sehr interessant zu beobachten bei uns, wenn man zum Beispiel jetzt Musik, nebenher laufen hat und man sagt, also wir reden und ich sage ein Wort wie Herz und auf einmal wird im Radio das Lied Hard gesungen. Zum Beispiel, ja. Ja, aber das sind so viele Nicht-Zufälle, also Zufälle im Sinne von, das ist alles ein Zeichen, das alles nur Zeichen für uns sind, ja. Und vor allem, was gesungen wird, was da gesungen wird. Die Texte sind in dem Moment, das ist mir vor Jahren aufgefallen, immer wenn ich dann ins Auto bin, habe Radio angemacht, habe ich direkt gehört, was wäre das? Ja, wer singt da gerade was? Ja, was will dir das erste Lied sagen? Ja. Auch die Musik zeigt dir, ob du gerade ein bisschen durcheinander bist, ob du im Ego bist, ob du im Herzen bist, kannst du das Lied gerade fühlen, welche Lieder brauche ich gar nicht mehr, haben wir jetzt gerade eins festgestellt, ja. Ja, je weiter du dich entwickelst, umso, also deine Gefühlslage, was Songs angeht, ändert sich auch, weil irgendwann hast du Lieder, die du vorher so megamäßig gefühlt hast, weil sie einfach so stark in der Schwingung waren. Das empfindest du jetzt nicht mehr so, sondern eher als Gegenteil, eher als niederschwingend. Schwer, schwer. Als eher traurig klingt es dann jetzt. Genau. Es klingt jetzt eher traurig, anstatt bewundernswert. Wobei ich sagen muss, wenn ich es früher gehört habe, hat es mich abgeholt, weil ich noch Trauer in mir hatte, die durfte ich dadurch ablegen, ja, durch Tränen. Genau. Und wenn wir es jetzt hören, fühlen wir es nicht mehr, weil wir es abgelegt haben. Richtig. Also benötige ich diesen Song nicht mehr, bin ihm aber unendlich dankbar für die letzten acht Jahre. Klar. Ja, muss auch keiner wissen, um welchen das geht, vielleicht kann das jeder für sich auch finden. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen zum Beispiel eine gewisse Musikrichtung, wo das Lied herkommt, jetzt ablehne. Nee, nee, das war nur diese, ja. Aber vergiss nicht, viele lehnen unsere Musik ab. Also das sind nicht unsere aller Musik, den Rockroll. Die Menschen sagen immer, wir wollen, ihr wollt uns eure Musik aufdrängen. Ja. Dann sage ich, nein, wenn du in der Selbstliebe bist, wirst du automatisch fühlen, was gewisse Musikrichtungen dir zu sagen haben oder was du da fühlst halt. Also das, du musst nicht anfangen, Hardrock zu hören, bevor du dich liebst, sondern das kommt von ganz alleine. Du wirst es alles wieder fühlen, so wie früher, als du die Musik, die du früher gehört hast, gefühlt hast, so wird es jetzt auch dann sein, ja. Weil du wieder zum Fühlen kommst. Weil wir lernen ja jetzt aus der Ego-Welt auszutreten, diese Ego-Matrix zu verlassen und in die Herz-Matrix einzusteigen. Das ist damit gemeint, wir gehen in eine andere Welt. Du gehst nur in eine andere Welt, wenn du soweit bist. Das heißt, du erschaffst dir die eigene Welt selbst. Und wenn du sie dir nicht erschaffst, dann kannst du hier lange sitzen und warten, bis dich jemand abholt in irgendeine andere 5D-Welt. Das passiert nicht. Du musst dir dich erst finden. Nur durch mich kommt ihr ins Paradies. Sag mal den Satz. Also ich bin durch mich ins Paradies gekommen. Und jeder Einzelne kann das auch. Aber dazu muss man gewisse Glaubensrichtungen ablegen. Und Meinungen. Das ist der Kopf. Man muss einfach nur lernen, zu fühlen, auf die Impulse zu hören und sie, ja, durchleben. Ich kann nur sagen, Wacken ist ja sehr populär geworden. Du warst schon mal da, ich nicht. Ja? Du warst schon mal da. Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Meinst du? Die Menschen sind da, wie sie wollen. Und jeder findet es geil, dass jeder sich da austoben kann. Meistens hatten die auch schlechtes Wetter. Dann sind die Matsch gedeift. Oder haben sich da geshult oder sonst was. Was ist dabei? Ja, die wollen gerade einfach mal alles aus sich rauslassen. Haben wir es als Kinder nicht auch genossen, wenn wir in der Pfütze rumgesprungen sind? Oder im Matsch? Einfach nur, einfach nur Quatsch machen, ja? Es ist auch nicht nur das. Auch wie, jeder tanzt dort so Musik, wie er will. Jeder tanzt, wie er will. Und nicht so ein vorgegebenes, so, weißt du? Und keiner wird doof angeguckt, guck mal, wie tanzt denn der jetzt? Oh, der ist mir aber peinlich oder sowas. Nein, das ist Ego. Da sind Herzen am Tanzen. Und sie haben ihre Lieblingskleidung an. Ja, und manche verkleiden sich ganz verrückt. Ja, aber, weil es lustig ist eben, ja? Die haben da Bock drauf, sich mal so zu zeigen, was sie so in der Welt gar nicht ausleben können. Und vor allen Dingen, über sich selbst zu lachen. Ja, definitiv. Mit anderen zusammen. Definitiv. Andere in hohe Schwingungen bringen, wenn sie es da nicht schon sind. Ja. Habe ich ja, im letzten Video, haben wir ja einen kleinen Teil rein, wo ich gelacht habe über mich selber. Und dann könnt ihr ja selber gucken, ob das gespielt ist oder nicht. Ja, also, was ihr dabei empfindet. Also, viele fanden das auch sehr extrem ansteckend, nenne ich das mal, ja? Und das ist das. Keine Scham vor gar nichts haben, ja? Oder, das zeigst du dem aber nicht, dem kannst du das zeigen. Nö, kann doch jeder sehen. Ja, was habe ich denn zu verbergen? Das gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Etwas verbergen, das ist Selbstlüge. Etwas nicht aussprechen, etwas geheim halten. Was soll denn geheim sein? Alle sagen, jo, wir möchten jetzt das ganze Wissen der Welt haben. Die sollen alles freigeben. Ihr sucht doch mal in dir. Lasst doch mal in dir was frei. Ja, du hast es doch in dir. Was glaubt ihr, wo unsere Impulse herkommen, was wir hier alles sagen? Und das ist auch eine Kunst, über Dinge zu reden, ohne gegen was zu gehen, sondern es nur aufzuzeigen, wie es ist. Und trotzdem lieben wir alles, was ist, ja? Und das ist die Kunst, jemanden zu lieben, der dich noch so viel verurteilt, der dich sogar hasst. Ich liebe ihn trotzdem, weil das, was da spricht, ist nicht er oder sie. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn sie glauben, sie müssen ihr Ego ein bisschen ausleben lassen, können sie das tun. Also uns tankiert das nicht, ja? Aber es kommen immer mehr, die ähnlich fühlen, ja? Das sieht man dann in den Kommentaren. Darum geht es aber. Aber immer gucken, auch dann nochmal gucken, was man geschrieben hat. Ist das so in Ordnung? Oder gehe ich eigentlich gegen mich selbst, wenn ich sowas schreibe? Weil es fällt ja alles auf einen zurück. Ja. Oder und, lasse ich da gerade Frust ab? Ja. Also wenn jemand Frust ablassen will, dann lasse ich einen Boxer kaufen. Oder er soll mal schreien oder was weiß ich. Oder er soll auf ein Konzert gehen, soll mal ausflippen. Aber doch nicht bei uns. Wo wir zeigen, dass das der Weg ist. Oh, ja, jeder sagt hier was anderes. Die sagen, ich muss das machen. Die sagen, ich muss das machen. Wir sagen, hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz. Und wenn du es noch nicht hören kannst, dafür sind die Anleitungen ganz gut, ja? Sich selbst zu lieben. Weil wir fragen jeden immer, was tust du für die Selbstliebe? Und die Antworten, also erstmal dauert es einen Moment. Bis die Antworten kommen, dann wissen wir schon, okay, sie tun was, aber was? So, und dann sagen wir, hast du schon mal damit probiert. Was noch einfacher ist, nie. Weil viele möchten sich ja nicht anschauen. Wie mit dem Selbstfilmen, sich mal selbst filmen und gucken, wie man wirkt. Ganz viele haben ein Problem damit, sich selbst zu filmen. Haben ganz viele ein Problem damit. Hallo, du bist Liebe. Wie kannst du dich denn angucken wollen? Es muss eine Freude sein für dich, dich angucken zu wollen. Ich weiß noch, in der 80er war ich mal für ein paar Sekunden in so einem Clip bei MTV. Ey, den hatte ich damals aufgenommen. Ich war so stolz, ich war so stolz, mich im Fernsehen zu sehen. Weißt du, das war für mich voll die Sensation. Ja, klar. Oder wenn früher Fußballspiele übertragen wurden, dann habe ich das aufgenommen und habe geguckt, ob man mich irgendwo stehen sieht. Weißt du? Oder? Klar. Ja? Klar. Ich bin sogar in dem Fußballbuch, in dem FSV-Fußballbuch bin ich mit drin auf dem Bild, ja. Da bin ich stolz drauf, weil ich bin Teil dieser Geschichte gewesen. Und deswegen, traut euch, euch anzuschauen und hört auf, erwachsen zu sein. Das ist für mich mittlerweile, ich kann das nicht mehr. Erwachsen sein heißt nur über Probleme reden. Kind sein, ein Kind redet ja nicht über Probleme. Ja, in der Schule und so ein Kram, da kann man mal drüber reden, kriegt man sofort hin. Aber ein Kind hat keine Probleme. Dem Kind werden Probleme gemacht. Richtig. Ja, und das ist auch genau die Matrix, von der die Menschen im Ego sprechen. Die Matrix. Ja. Die ach so böse Matrix sind sie selbst. Jeder. Und zwar die Ego-Vernetzung unter sich, weil jeder ist Schöpfer. Und wenn man aus dem Ego kreiert, dann hat man die Matrix, dann ist man in dieser Matrix. Ja, man ist in der Ego-Matrix. Und wenn man die durchbricht, das heißt aussteigt, ja, dann bist du im Herz. Du bist in der Herz-Matrix und siehst eine ganz andere Welt. Das ist die andere Welt. Deine Wahrnehmung vor allem über alles, ja. Hättest du nie geglaubt, dass es so ist. Man hat es sich gewünscht, ja. Auch. Ja, und deswegen ist es auch jetzt so. Und wenn du dann weißt, alles, was jetzt aus dem Herzen passiert, da kann dir gar nichts passieren, weil nur mal die Liebe das Stärkste ist. Und das ist nicht angreifbar, weil wir greifen ja auch niemanden an, wer soll uns denn angreifen oder was soll uns denn geschehen, was denn? Wir tun hier mit das Höchste, was es gibt, wir verteilen nur eins, wahre Liebe. Das ist, das ist für mich der schönste Job, den man haben kann. Das ist auch der wichtigste eigentlich, weil was ist denn Ziel unseres Daseins? Sich selbst zu erkennen. Ich meine, wenn man noch nicht so einen starken Glauben hat, dann geht man noch mal von dieser Welt. Ja, natürlich. Dann kommst du aber wieder. Und wie oft oder wann spielt keine Rolle. Richtig. Hört sich jetzt für viele Doof an, die jetzt einen Menschen verloren haben oder scheinbar verloren haben, als erst mal aus der Trauer rausgehen. Weil, wem bringt das was? Richtig. Der Mensch, beziehungsweise der Geist, das Sein, wie viele sagen, ist wahrscheinlich schon längst wieder da. Und ich gehe auch davon aus, dass es genau das ist. Diese Momente, wenn man Menschen begegnet, die man überhaupt nicht kennt, aber dennoch fühlt und dennoch das Gefühl hat, man kennt ihn schon ewig. Und bei manchen ist das richtig intensiv. Für mich sagt da schon einiges, also was es sein könnte, dass da vielleicht jemand schon mal gelebt hat, wiedergekommen ist, halt in einem anderen Körper. Und wir ihn jetzt wahrnehmen, aber wissen gar nicht, warum wir das tun. Auch das werden wir noch erfahren. Genau. Einfach sich die Fragen stellen und dann kommt die Antwort irgendwann, so zwischendurch mal oder wann auch immer. Ist ganz normal. Aber daran sieht man auch, wenn du noch in Trauer bist, glaubst du noch an den Tod. Genau. Ja. Deswegen stirbst du irgendwann. Wenn du glaubst. Weil du glaubst dran. Natürlich. Und dein Glaube und der Todesglaube ist sehr stark, sehr stark bei den Menschen. Und solange der so stark ist, ihr Glaube versetzt ist. Also sie produzieren sich ihren eigenen Tod. Sie erschaffen ihn sich, weil sie daran glauben. Und ihr Wille geschehe. Ihr Wille geschehe. Es wird alles gesagt in der Bibel. Ja. Es wird alles gesagt. Aber die Christen verstehen das nicht als solches, was da gesagt wird. Wie gesagt, die Bibel verstehst du in jedem Bewusstseinszustand anders. Du verstehst diese Bibel, wenn du sie aus dem reinen Herzen betrachtest, genau andersrum. Als wenn du... Du musst auch da... Also habe ich auch nicht und werde ich auch nie. Ich habe da gar nicht alles gelesen. Aber die Kapitel, wo ich einfach aufgeschlagen habe, beispielsweise, die mich interessiert haben. Und da habe ich dann gesehen, ja, viel weiter, aber auch viel Verdrehung. Weil sie eben... Jetzt, pass auf. Ich sage es ganz einfach und dann müsstest du es wirklich Klick machen. Wenn ich vor fünf Jahren ein Lied übersetzt habe, von Englisch und Deutsch. Ich habe ja einige Musikvideos gemacht, die ich in Deutsch übersetzt habe. Manche kannst du nicht eins zu eins übersetzen. Und dann schaust du, wie könnte der Satz einen Sinn ergeben. Und das ist je nach Bewusstseinszustand anders. Ich würde heute ein Lied anders übersetzen, wie vor fünf Jahren, damit es einen richtigen Sinn ergibt. Zum Beispiel kann man das gut sehen. Ich habe ja das Lied von Halloween, The Keeper of the Seven Keys, übersetzt. Und manche Wörter waren wirklich schwer. Und ich wollte es aber damals so mehr oder weniger eins zu eins übersetzen. Also manche Sätze ergeben nicht so den Sinn. Aber es läuft ja in Englisch dazu. Wenn man es in Englisch hört, ergibt es einen Sinn. Das will ich damit sagen. Aber ganz wichtig steht, ist in dem Lied, wenn du dich auf den Weg in die Dunkelheit begibst, auf den Weg die sieben Schlüssel zu dir selbst zu öffnen und ins Meer zu schmeißen, ins Wasser, also alles Angst, Neid, alle sieben Todsünden, nennen wir es mal. Wenn du die dann überstehst, kriegst du vom Teufel den Schlüssel. Ja, vom Teufel. Vom Teufel sieht man auf dem Cover. Von der puren Liebe. Ich tue es hier einblenden. Von der puren Liebe. Denn ziehst du dem Teufel die Kleidung aus, steht die nackte Wahrheit da. Richtig. Die Liebe. Da kann er nichts machen. Und auch er will geliebt werden. Alles will geliebt werden. Jeder ist auf der Suche nach Liebe. Wenn einer extrem böse ist, scheinbar, ist das nur ein Mangel an sehr viel Liebe. Ja, und das hat dann im Ego ein Eigenleben entwickelt, weil es nicht gehört werden kann, diese Liebe. Ja, weil es ein Ungleichgewicht ist. Und trotzdem können es auch die, jeder kann das immer noch schaffen, jederzeit. Er muss nur auf seine Impulse hören. Deswegen, das stimmt auch in der Bibel, es ist nie zu spät, umzukehren. Genau. Weil wir sind Schöpfer. Ja, du bestimmst doch. Du kannst jetzt anfangen. Du kannst auch jetzt. Oder jetzt. Oder vielleicht erst jetzt. Also du kannst immer. Wenn dein Glaube da ist an dich. Wenn du an einen Gott glaubst, dann hast du keinen Glauben an dich. Also kommst du nicht weiter. Also hör auf an irgendwas zu glauben, was nicht da ist. Du bist es selbst. Wir sind diejenigen. Wir sind die Schöpfer. Wir sind es. Und wir kommen aus einer Quelle. Das ist richtig. Aber wir sind hier als Schöpfer. Was glaubt ihr, wenn das mit der Gottesgeschichte nicht gelaufen wäre? Boah, ey, wir hätten hier so ein krasses Paradies. Also ich sehe es eigentlich schon. Also das Paradies erschaffen wir jetzt erst. Und nicht, das war noch nicht. Das kommt jetzt erst. Weil unser Bewusstsein jetzt erst dafür ausgelegt ist. Wenn du dich erkennst, dann kannst du loslegen. Und dann guckst du nicht mehr auf das, was da draußen ist, weil du weißt, du bist dafür verantwortlich. Also fängst du an, was zu ändern. Damit das da draußen sich ändert. Das ist ja dein Universum. Richtig. Das ist mein Drehbuch. Ich schreibe mein Drehbuch. Mein Drehbuch, das endet nicht. Das endet niemals. Weil die Liebe unendlich ist. Und ich als Schöpferin bin mir dessen bewusst, dass wenn mein Glaube so stark an den Tod ist, den ich nicht mehr habe, sondern im Gegenteil, mein Glaube so stark ist an das ewige Leben, dann bleibe ich auch hier, weil es geschieht nach meinem Glauben. Muss ja, geht ja gar nicht anders. Richtig. Also fangt an, an euch zu glauben. Vielleicht ist es auch so, dass viele jetzt denken oder das Gefühl haben, ich würde eher sagen, dass so der Gedanke kommt, ja, wieso geht das jetzt erst? Wieso hat das vorher nicht geklappt? Nochmal. Die ganzen Indoktrinationen muss man ablegen. Du musst frei davon sein. Nichts davon, was du behältst, was dich nicht weiterbringt, führt dich dahin, weil auch nur die geringste Selbstlüge dich umbringt. Das ist alles Ego. Wenn du das Ego ablegst, dann bist du rein aus dem Herzen. Richtig. Und du musst nicht an dir arbeiten. Du musst lediglich deine Selbstlügen ablegen. Und dich mal anschauen. Ganz wichtig, schaue dich an. Wirkst du schon wie ein Kind? Bist du auch schon stolz darauf? Oder hast du immer noch Angst, was andere über dich denken? Benimmst du dich auch teilweise albern? Also was willst du? Willst du jetzt auf dein Herz hören und dich selbst befreien und damit uns alle? Oder willst du weiter auf den Kopf, aufs Ego hören? Weil das ist dann immer noch dein Führer. Du brauchst anscheinend diesen Führer. Nein, dein Herz, die Quelle, die Impulse aus der Quelle, die führen dich. Aber nur, wenn du im Vertrauen bist. Und zwar Vertrauen zu dir selbst hast. Den Glauben an dich selbst. Und nicht an das, was außerhalb von dir selbst ist. In dem Film Klick mit Adam Sandler, also besser kann man es ja gar nicht mehr darstellen. Adam Sandler, sein Chef ist übrigens David Hasselhoff. Der setzt ihm die Pistole auf die Brust, so zu sagen, du machst jetzt das oder das oder du kriegst gekündigt. Wenn du das oder das machst, wirst du befördert. So, und dann setzt er alles in seinen Job, hat wunderschöne Kinder, hat eine Fackel als Frau zu Hause, sieht das alles aber gar nicht mehr, sondern er hängt sich so in die Arbeit, will Erfolg haben, ja, damit es den Kindern vielleicht mal besser geht. So, und dann lebt er sozusagen nach dem Ego, rennt dem Geld nach, will erfolgreich sein und dann spult er sein Leben vor, spult sein Leben vor und irgendwann hat er wohl zu weit vorgespult oder wollte das auch, da ist er alt, riesig, fett und seine Frau ist mit seinem besten Freund verheiratet. Also alles das, wovor man Angst hatte, ist dann eingetroffen. Und dann stirbt er. Genau. So, plötzlich ist er aber wieder da, da wo er am Anfang war, weil er hat auch gesehen, wenn er vorspult in seinem Leben, da steht auch so im Menü von sich selbst, wer Regie geführt hat an diesem Film, er selber. Und dann wird er hier wach und erkennt auch jetzt erst endlich die wahre Liebe zu seiner Familie und verspricht seinen Kindern alles, 4. Juli gehen wir segeln, morgen das und das. Dann erkennt er auch endlich, wen er neben sich hat, was für eine Göttin er neben sich hat. Er erkennt, was wirklich zählt, was das Leben ausmacht, was Liebe bedeutet. Und der Film ist ja bald wieder soweit, die Weihnachtsgeschichte mit Ebenezer Scrooge. Ja, der lebte auch sehr im Ego, aber am Ende hat auch die Liebe gewonnen. Ja, die Liebe ist nämlich stärker und er hat sein Ego abgelegt und hat seine Liebe verteilt. Ja, er sprudelte am Ende über vor Liebe. Gerade in dem beliebtesten Weihnachtsfilm überhaupt, ja. Schöne Bescherung mit Chevy Chase, der ja immer kommt. Ey, wie geil wird denn da die Familie gespiegelt, ja. Die einen reden nur über Krankheiten, totales Chaos da. Er ist eigentlich, er bereitet alles vor, das ganze Haus, es muss das Schönste in der Stadt sein, weil die Familie kommt. Und dann geht alles in die Hose. Die einen sind nur am Motzen, machen auch nichts und dann steht er nachts am Fenster und sieht schon den Pool in der Zukunft, sieht aber auch seine Traumfrau. Weil auch wie die miteinander umgehen, da gibt es ja vier Teile eigentlich von dieser Griswolds, oder fünf, aber mit fünften ist er ja nur der Opa. Da sieht man mal, wie gespielte Liebe ist in diesen Filmen. Die haben Kinder, aber die beiden, da ist nie Einigkeit, ja. Gut, die Hockelmann, das kommt dann ins Kino, weil er vergisst es zu löschen, solche Sachen, aber da siehst du, auf sehr lustige Art, zum Beispiel seine Frau ist gar nicht lustig, er ist eigentlich sehr lustig, ja. Also das passt gar nicht, ja. Und dann lebst du halt so, wie du hier lebst und willst den Kindern die Welt zeigen und irgendein Blödsinn, die wollen aber machen, was sie wollen, sieht man auch sehr gut in dem Film, ja. Genau, die wollen ja eigentlich auch nur ihren Impulsen folgen. Genau. Und er will der Superdädie spielen, braucht aber keiner. Das brauchen wir nicht, der Superdädie Supermum. Entweder machst du es aus Liebe, dann machst du eh alles richtig, aber doch nicht, um dir was zu beweisen. Ich muss niemandem was beweisen, ja. Und dann sollte man auch sehr oft tun, was die Kinder möchten, nicht was bei uns, wir fahren dieses Jahr da und dahin. Fragst du mal die Kinder, wo die gerne hinwollten. Geht doch mal mit ihnen in den Katalog, wo die drauf Lust hätten. Und dann kann man sich ja, da findet man bestimmt was, was allen Spaß macht. Ja, die haben genug Impulse. Ei, Sigi. Das können die Erwachsenen von den Kindern lernen, auf ihre Impulse zu hören. Und sie umzusetzen und nicht beiseite zu schieben. Ach, das mache ich morgen oder übermorgen. Oder ach, das brauche ich nicht. Brauche ich nicht, ist das beste Satz. Genau. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht, habe ich schon, brauche ich nicht. Einen Mann brauche ich nicht. Nein, ich komme ganz gut alleine, klar. Ja, dann fasst du dich auch nicht selber an. Das heißt, du hast keinen Sex mit dir selber. Du guckst dich gar nicht selber an. Du würdest dich niemals selber filmen. Und du schaust eigentlich weg. Du hast keinen Bezug zu deinem Körper, ja. So kann das nichts werden mit der Selbstliebe. Ja. Es ist so. Ich spreche nochmal in einem Satz aus. Du schämst dich vor dir selbst. Ja, schau. Was? Du bist wunderschön. Egal, wer du bist. Und wenn du dich nicht wunderschön fühlst, dann ändere es doch. Liebe dich ab jetzt. Liebe deinen Körper. Und stell dir doch vor, wie du genau aussehen möchtest. Geht doch. Geht alles. Du kannst alles. Umso stärker dein Glaube ist, umso schneller manifestierst du das. Umso schneller tritt es in dein Leben. Ich sag nochmal, nur kurz probieren und warten, dass was kommt. Und es kommt nichts. Ist ja nur probieren. Keine halben Sachen. Den Willen haben, es durchzuziehen. Und zwar so lange, bis du soweit bist. Bis dein Glaube so stark ist, dass du es geschafft hast. Und vorher nicht aufgeben. Das wäre Ego. Kannst du gleich wieder von vorne anfangen dann. Und wenn du es immer noch so siehst, dass alle Menschen lügen oder schlecht sind, ist das nur eine Sichtweise, die dir was sagen soll. Nämlich, dass es dich stört. Was stört dich? Wen stört das? Warum stört mich das? Was macht das mit mir? Ja, mein Fokus ist da. Da ist kein Fokus auf das, was ich wirklich will. Sondern immer nur auf das, was ich nicht will. Und das kippt jetzt gerade. Das kippt jetzt gerade bei den Menschen. Definitiv. Ja. Also entweder sind die Menschen sehr im Herzen schon. Ja. Oder sie sind extrem im Ego zur Zeit. Und wir können das so gut wiedererkennen, weil wir es eben jetzt richtig erkennen. Richtig bei jedem. Du schon länger und ich darf das jetzt auch alles erfahren. Das kannst du auch alles erst nur, wenn du es abgelegt hast. Dann siehst du erst, oh ja, so hätte ich auch reagiert aus dem Ego. Genau. Ganz genau. Also dieser Weg, den wir uns da selbst geebnet haben, der ist einfach super zum Lernen. Dich selbst kennenzulernen. Das will ich damit sagen. Ja. Das kannst du aber nur auch, wenn du den Weg gehst. Sonst wirst du dich nie richtig kennenlernen. Aber das willst du doch. Du willst doch die Liebe leben. Da darf keine Lüge drin sein. Das ist keine Liebe leben. Und da darf auch nichts sein, wo du nicht hinschauen möchtest. Nein. Wenn es ja so ist, hast du ja noch Angst. Also warum habe ich Angst? Wovor habe ich denn Angst? Vor mir selbst, vor der Wahrheit. Was mich da erwartet? Du bist doch dein Autor, dein eigener. Schreib das Drehbuch so, wie du es dir wünschst. Ein Schatzsucher hört auch nicht auf, bis er was gefunden hat. Sinnbildlich. Finde dich. Das ist der Goldschatz. Das ist Nonplusultra. Das ist das Höchste, was es gibt auf Erden. Bei der Geburt, also ich meine bei einer Schwangerschaft, bist du auch nicht mittendrin und sagst so, ich habe jetzt keine Lust mehr, brechen wir das Ganze jetzt mal ab hier. Nee. Das funktioniert nicht. Entweder hast du den Willen zur Veränderung und den Schlüssel zum Paradies, den hast du ja selber in dir, du musst nur dein Herz aufschließen. Oder du willst das Gegenteil. Dann finde demnächst erst mal Menschen, die das Gejammer sich noch anhören wollen. Weil es wird kaum noch welche geben, die das noch ertragen. Und umso weniger Aufmerksamkeit dahin gegeben wird, also die bekommen dann auch keine Aufmerksamkeit mehr, wo sie ihre Sachen loswerden. Also müssen sie auch bei sich gucken. Genau. Müssen sie. Das ist ja der Weg von jedem. Man sagt zwar, es gibt kein Muss. Aber das, dann nenne ich es anders. Es gibt kein Muss. Du musst dein Ego nicht ablegen. Nee. Aber dann wirst du weiter in Angst, Neid, Trauer und Leid und so weiter leben und daraus kreieren. Es ändert sich dann nichts bei dir. Nein, es bleibt bestehen. Genau. Weil du es noch machst. Ja. Das ist der freie Wille. Du hast, du darfst selbst entscheiden. Wie schreibst du dein Drehbuch? Genau. Und wie schreibst du das Drehbuch für das, was kommt? Indem du es dir vorstellst. Indem du da reingehst. Wie die Kinder. Ja. Oder aufmalen. Aufschreiben. Egal. Das ist ja in der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Genau. Und wichtig ist, dass du jeden Tag dran denkst. Ja. Weil die Wiederholungen kreieren erst recht. Du lebst ja nicht einen halben Tag. Also der Fokus sollte immer, egal was du tust, bei dir sein. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Und nicht bei anderen, weil dann bist du nicht bei dir. Und nur aus dir selbst heraus hast du diese Kraft und diese Macht, es selbst zu erkennen. Möge die Macht mit dir sein. Die möge nicht, die ist da. Die ist da. Du musst sie nur freischalten. Und das ist das göttliche Prinzip hier. Du kannst das nicht irgendwie umgehen. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Du wirst wieder woanders hingeleitet. Aber diese Antwort bekommst du erst, wenn du dich anschaust. Diese Antwort. Schaust du dich nicht an, nimmst du Informationen aus dem Außen auf und glaubst das in dem Moment. Ja. Genau. Das ist es. Das ist es. Ich kenne das. Ja. Wie oft ich gesagt habe, jetzt bin ich angekommen. Und batsch, habe ich wieder einen reingekriegt. Von wegen angekommen. Guck mal da hin. Guck mal da hin. Guck mal da hin. Oh. So viel noch. Ja. Aber ist ja nicht so, dass du dir dann das anguckst und dann das. Das passiert ja schon gleichzeitig alles. Und dann selektierst du automatisch aus. Bin ich durch. Brauche ich nicht mehr. Haken dran. Abgehaktes. Ach nee. Ach um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Da gehen wir gar nicht mehr hin. Krieg keine Aufmerksamkeit mehr. Und umso höher du in der Liebe bist oder in der Schwingung bist. In dieser Liebeschwingung. Und wenn so Menschen da den Fokus abziehen, der jahrelang dort war, da passiert extrem was. Ja sicher. Weil wir sehen jetzt alles mit Liebe und nicht mehr wie früher aus Interesse oder was auch immer. Wir sehen es jetzt mit Liebe. Richtig. Wenn du weißt, dass du Schöpfer hier bist und das Drehbuch, jeder ist Schöpfer und schreibt hier das Drehbuch mit uns zusammen. Und wenn du das weißt, dann willst du auch gar nicht mehr da draußen schauen, sondern du nimmst die Sache selbst in die Hand. Und zwar aus dem Inneren heraus. Du schaust bei dir. Was hast du da? Wo belügst du dich? Wo bist du nicht du selbst? Wovor habe ich Angst? Ja und genau. Es sind so Kleinigkeiten, wo man auch gar nicht eigentlich vielleicht davon ausgeht, dass man das noch hat. Ja das kommt dann, wenn du auf den einen Impuls hörst. Du hörst auf den Impuls. Dann übst du, also wenn du einen Impuls hast, wo du irgendwo hin sollst oder dann gehst du da hin. Frag dich nicht warum. Du kriegst dort den nächsten Impuls. Und das ist wie eine Schnitzeljagd, was hier läuft. Ja und nur durch diese Impulse kommst du dahin, wo du hin möchtest. Ich muss aber dazu sagen, umso weiter du kommst, da musst du meistens gar nicht mehr wohin gehen. Richtig. Das hat hier und jetzt in diesem Moment mit dir zu tun, brauchst du nirgends wo hingehen. Genau. Und für mich noch was ganz Wichtiges und da müsste jetzt jedem Elternteil ein Herz aufgehen. Wenn du dich änderst, pass mal die Wandlung deiner Kinder auf, wie die dich auf einmal wahrnehmen. Wenn du nicht mehr der blöde Papa, die blöde Mama in Anführungsstrichen, ja. Oder die strenge Mama, der strenge Papa. Wenn du genau das Gegenteil auf einmal tust, dann wird die Verbindung zu deinen Kindern ganz anders. Weil es leider immer noch so ist, dass viele ihren Kindern die Schuld geben. Das ist, das ist, das geht gar nicht. Nee, das geht nicht. Aber das ist halt, weil sie gerade selbst einen inneren Kampf durchleben. Ja. Und dieser innere Kampf sagt, das Herz ist so stark, das Herz schreit so laut und Symptome des Körpers überall. Und aber der Kopf, oh nein, ich will das nicht ändern, ich will mich nicht trennen. Und dann, ja, lässt man den Frust, wohl oder übel, dann irgendwie an den Kindern aus. Und schickt vielleicht noch die Kinder zu irgendwelchen Menschen, die einem, dem Kind helfen sollen. Aber genau das ist der Moment, wo man genau jetzt endlich mal auf seine Impulse hören sollte. Weil noch schlimmer geht es immer. Aber es tut noch mehr weh. Ja, es tut noch mehr weh dann. Bis du es erkennst. Bis du es erkennst. Und dann macht es. Und wenn es deinen Klick macht. Dann wendet sich das so schnell zum, Anführungszeichen, zum Guten. Ja, natürlich, weil dann geht es den Weg, den du dir eigentlich wünschst. Ja. Und du bist überrascht über das, was kommt. Und du hast keine Erwartungen gehabt, dass es kommt. Genau, dann passiert es ja erst. Richtig. Wenn du keine Erwartungen hast. Einen tiefen Herzenswunsch. Ja, klar, den hat jeder. Und jetzt ist natürlich, kannst du dich selbst messen, wie schnell tritt was in dein Leben, was du dir von Herzen wünschst. Das heißt, wie stark ist dein Glaube an dich selbst. Ohne Zweifel. An das Ganze. Dein Glaube entscheidet alles. Deswegen waren wir sehr weit weg alle von der Quelle mal, als wir an einen Gott geglaubt haben, weil wir dann nicht an uns geglaubt haben. Und in Zeiten von, wo es uns nicht gut ging, haben wir gebetet. Aber so konnte es nichts werden, weil wir nicht zu uns selbst gebetet haben. Weil wir nicht an uns selbst geglaubt haben. Und daher haben wir aus dem Ego produziert. Und zwar nur Angst, Trauer, Neid, Zweifel. Und wir wollten etwas haben, wo wir uns daran festhalten können. Das gibt es ja und das schützt uns. Wenn du rein Herzens bist, dann stellt sich die Frage gar nicht mehr, wer mir hier helfen könnte, dann tust du das immer selber. Dann brauchst du das nicht mehr. Brauchst du auch gar keine Hilfe mehr. Für was denn? Wenn du aus reinem Herzen bist, du hast keine Angst vor nichts, also passiert in deinem Leben auch nichts, was irgendwie schlimm sein könnte, weil du produzierst es ja nicht. Weil ich habe ja keine Angst. Ich habe auch keinen Glauben darin. Und genau das ist es. Das ist ja das, was alle möchten. Ja, dann fangt an zu glauben an euch. Und es gibt nichts, was nicht ausgesprochen werden darf. Vor allem in der Partnerschaft. Das ist ja deine Prüfung. Selbst wenn ihr es nach 10 oder 15 Jahren, die ihr zusammen seid, oder 20, noch nie ausgesprochen habt, dann wird es mehr als Zeit. Und dann werdet ihr sehen, wie der Partner darauf reagiert. Aber es ist mal raus aus dir. Früher hat man gesagt, ich gehe mal zu meiner besten Freundin, mich mal ausweinen. Brauchst du gar nicht sowas. Das brauchst du nicht. Du redest mit deinem Partner über alles und er liebt dich für alles, was du bist, was da mal war. Das spielt doch keine Rolle. Und wenn das nicht der Fall ist, dann soll ich dann nicht der Partner. Ganz genau. Wenn da Widerstand ist und alles. Richtig. Das sind die Selbstlügen, die man weiterführt, wenn man da nicht hinschaut. Wenn man auf die Impulse, die Impulse wegschiebt, weil das Ego es schön redet. Ich verstehe das ja. In den meisten Partnerschaften kannst du dann schon sagen, da ist schon über die Hälfte positiv, was da ist. Und solange es noch im über 51%-Bereich ist, ist alles in Ordnung. Wenn es jetzt aber absackt und es wird schlechter und es geht runter, spätestens, alles spätestens dann, kannst du eigentlich davon ausgehen, hoch geht das jetzt nicht mehr. Jetzt trennt sich gerade ich Bräu. Gerade jetzt zu der Zeit merken das die Menschen so richtig. Ich sehe Menschen, die ich so zuvor noch nie gesehen habe. Wo gerade das Ego ganz laut schreit, weil diese Angst da ist, es loszulassen. Angst vor dem Ungewissen, was kommt. Aber das ist voller Quatsch. Man braucht davor gar keine Angst haben. Einfach nur in das Vertrauen. Genau jetzt gehen. Was bleibt dir denn für eine Wahl? Ich meine, wenn du weiter Angst hast, dann geht es weiter runter. Aber wenn du jetzt ins Vertrauen kommst und einfach nur auf dein Herz hörst und dir keine Gedanken darüber machst, und warum ist das so, oder warum und wie und was. Nein. Wenn du nur auf dein Herz hörst, wirst du sehen, was da für Türen aufgehen. Die gar nicht aufgehen können, wenn du das alles nicht loslässt. So lang bleiben die zu. Passt ja kein Schlüssel. Diese Türen, also die sieben Schlösser, nennen wir es mal alles nur sinnbildlich. Nicht an der Zahl jetzt festlegen, sondern wenn du die durchgehst. Wirst du ja merken, es wird immer leichter. Es wird immer schöner für dich. Ruhiger, obwohl wir gerne laute Musik hören, wird es trotzdem ruhiger für dich. Und immer mehr merkst du, wenn das jetzt schon so wird, wie wird denn das dann? Wie wird denn das dann? Ich will das wissen. Ich lebe jetzt so. Du willst nur noch so leben. Aber, kenne ich auch, dann fällst du nochmal zurück in alte Gewohnheiten. Aber du erkennst es. Du erkennst am Moment, nö, 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 da war mir schon, das will ich nicht mehr, nö, nö, nö. Ich gehe wieder straight nach vorne. Und du selber bist dafür verantwortlich, dich in gute Laune zu bringen. Kein anderer. Da ist niemand da, der dich jetzt da, sei denn, du nimmst das an. Der dich runterziehen könnte. Du bist dafür verantwortlich. Egal, wer wie wo was sagt. Egal, was sein Ego sagt. Och, man kann ja nicht immer gute Laune haben. Wie? Wer sagt das denn? Warum nicht? Ja. Also, ich kann das schon. Und zwar immer. Wenn man sich nicht beeinflussen lässt. Und dann diese Selbstbeobachtung. Schau, was sich gerade triggert und warum. Und glaub mir, jeder, der es will, schafft es. Jeder. Jeder schafft, dass der das wirklich will. Ja, man muss nur seinen Glauben stärken. Jeden Tag, jede Sekunde. Von allem anderen abziehen, den Glauben. Und den in sich hinein versetzen. Also, an sich glauben. Jo, ich denke, das reicht für heute. Zum Abschluss, wie immer bei uns, ein wunderschönes Lied. Ganz neu, The Edge of Forever. Water be my path. Ja. Ja, also viel Spaß damit. Und, wie immer, knallt Liebe raus. Kommt alles zu euch zurück. Genau. Mua. Mua. Ja. grooves drauf. Ja. Ja. Gar event werden wir noch. Bis zum nächsten Mal. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020